Dies ist die Geschichte eines Skandals, der die Grundfeste der Kirche erschütterte. Eine Frau namens Johanna soll im 9. Jahrhundert den Papstthron bestiegen haben. Über 500 Chroniken berichten davon. Doch die Fakten sind umstritten. Eine Frau als Papst. Hartnäckige Legende oder der größte Betrugsfall in der Kirchengeschichte? Wie konnte sie so lange unerkannt bleiben? Wie glaubwürdig sind die Indizien und Spuren im Fall des weiblichen Papstes? Was steckt wirklich hinter der Legende von der Päpstin Johanna, die für mehr als zwei Jahre auf dem Stuhl Petri gesessen haben soll? Manch einer mag Habemus Papam gerufen haben, aber man hatte eine Mama. Rom. Das unangefochtene Machtzentrum der katholischen Kirche. Hier herrscht der Papst über einen Großteil der Christenheit. Für sie ist er der Stellvertreter Christi auf Erden. Doch waren es wirklich immer nur Männer, die dieses höchste Amt der Kirche bekleideten? Die Journalistin Petra Gerster bringt Licht in das Dunkel einer abenteuerlichen Geschichte. Es klingt wie ein Märchen. Eine junge Frau aus Deutschland säbelt sich die Haare ab und startet als Mann eine beispiellose Karriere, die sie bis auf den Papstthron führt. Tatsächlich nur ein Märchen? Wäre es nicht denkbar, dass einmal eine Frau den Stuhl Petri erobert hat? Eine Frau mitten in dieser freudlosen Männergesellschaft? Die Vorstellung ist so abwegig und verrückt, dass ich der Sache auf den Grund gehen möchte. Ich meine, warum sollte es keine Päpstin gegeben haben? Warum sollte man einer Frau das eigentlich nicht zutrauen? Wenn die Geschichte aber stimmt und Johanna tatsächlich gelebt hat und Päpstin geworden ist, dann müsste es doch auch Spuren geben oder Indizien. Wie diesen Stuhl hier mit einem Loch in der Mitte. Historische Augenzeugen berichteten, dass dieser geheimnisvolle Stuhl früher im Lateranpalast in Rom aufgestellt war. Und sie beschrieben auch, welche Funktion dieser Thronsessel bei der Papsterhebung spielte. Jeder neu gewählte Pontifex musste zuerst einmal auf ihm Platz nehmen. Bis heute wird dieser Thron in den Vatikanischen Museen aufbewahrt. Hinter versperrten Türen. Denn niemand soll diese geheime Verschlusssache des Vatikans zu Gesicht bekommen. Doch es gibt ein Foto, das einen wuchtigen Thron aus herrschaftlich rotem Porphyr zeigt. Und die markante Öffnung in der Sitzfläche. Noch im 16. Jahrhundert soll sich der Papst nach seiner Wahl erst einmal einem seltsam anmutenden Ritual unterzogen haben. Durch die Öffnung des Stuhles wurde geprüft, ob der Heilige Vater auch wirklich ein Mann war. Das war dann also die Frage aller Fragen. Hatte der Bewerber? Oder hatte er nicht? Für diese Szene gibt es allerhand Zeugen. Jedem neuen Stellvertreter Christi wurde zuerst unters Gewand gegriffen. Wie bei der Musterung für die Bundeswehr. Was bitte konnte die Kirche zu dieser Vorsichtsmaßnahme getrieben haben, wenn nicht die peinlichen Konsequenzen einer Affäre Johanna? Eine delikate Angelegenheit. Nur wenn der Befund positiv ausfiel, war die Papstwahl auch gültig. Zum Schluss die erlösenden Worte. Habet, er hat alles, was einen Mann ausmacht. Diesen Thron zumindest gibt es also wirklich. Und die Kirche möchte ihn nicht zeigen. Ist es mit der Päpstin das Gleiche? Wird Johanna totgeschwiegen, weil man nicht an den Pontifikat einer Frau erinnert werden will? Heute jedenfalls wird sie in keiner einzigen der offiziellen Papstchroniken aufgeführt. Aber war das immer so? Ich suche nach weiteren Spuren. Und auch diesmal gilt, alle Wege führen nach Rom. Mitten im historischen Zentrum der Stadt soll sich zeigen, was hinter der Legende steckt. Wo sind die Beweise für die Frau, die angeblich Papst wurde? Die Suche beginnt in der Bibliotheka Casa Nartense. Unzählige Folianten dokumentieren über 2000 Jahre Kirchengeschichte. Wenn es Zeugnisse aus dem 9. Jahrhundert gibt, dann hier, in dieser einzigartigen Büchersammlung. Doch Johannas Zeitalter gilt als dunkelstes Mittelalter, als ein schwarzes Loch in der Geschichte. Man weiß in dieser Zeit oft nicht, wer ist eigentlich gerade Papst und wer ist nicht Papst. Haben wir einen, haben wir zwei. Deshalb geht in der Zeit die Papstreihe irgendwie drunter und drüber. Es wird niemand geben, auch kein Historiker, der so eine präzise Papstreihe durch dieses chaotische Zeitalter hindurch konstruieren kann. Und dass man sich gut vorstellen kann, dass die Fantasie gerade in dieser Chaoszeit, wo ohnehin keiner weiß, wer, wie, was, dass man da eine Päpstin reinprojiziert. Eine bessere Zeit, um das zu tun, gibt es eigentlich nicht in der Geschichte der Kirche. Und tatsächlich, auch die Kirche weiß von einer Päpstin Johanna. Der erste Zeuge ist ausgerechnet ein Bibliothekar des Vatikans, Bartholomeo Platina. Im späten 15. Jahrhundert verfasst er eine Liste aller bisherigen Päpste. Der Heilige Vater selbst, Papst Sixtus IV., gab sie in Auftrag. Eine amtliche Verlautbarung der Kirche also. Und Platina nimmt die Gestalt der Johanna in die Liste der Päpste mit auf. Unter dem Namen Johannes VIII. als Papst Nr. 106 in der Nachfolge Petri. Die Päpstin nur das Versehen eines Bibliothekars? Ich kann nur aufgrund der Quellen sagen, er war auf der Basis des Materials, das ihm zur Verfügung stand. Trotz der Zweifel, die er hatte, wahrscheinlich letztlich überzeugt, ja, die können es ja gegeben haben, also nehmen wir die in die Liste auf. Das ist für mich ein Akt der Gelassenheit, ein Akt der Souveränität. Das Papsttum am ausgehenden 15. Jahrhundert kann es sich leisten, eine Päpstin Johanna mit aufzunehmen. Mit anderen Worten, die Kirche wusste selber nicht so genau, ob die Geschichte nun stimmte, dass sie einmal von einer heiligen Mutter und nicht von einem heiligen Vater geführt worden war. Dass eine Johanna und nicht ein Johannes Papst wurde. Wie tief der Glaube an die Existenz Johannes im 15. Jahrhundert verwurzelt war, dafür gibt es noch einen anderen prominenten Zeugen. Jan Hus, ein Todgeweihter. Auf dem Konstanzer Konzil ist der Romkritiker Jan Hus der Ketzerei angeklagt. Bei seiner Verteidigungsrede hat der Reformator immer wieder die Päpstin Johanna angeführt, als unwiderlegbaren Beweis für die Verderbnis des Papsttums. Aber Hus landet auf dem Scheiterhaufen. In allen Anklagepunkten sprechen ihn die Richter schuldig. Nur in einem Punkt nicht. Für seine Behauptung, es habe eine Päpstin gegeben, wird Hus nicht verurteilt. Das belegen die Prozessakten. Sie haben also an Johanna geglaubt. Sie haben geglaubt, dass alle Sicherungsmechanismen versagt haben, dass eine Frau alle getäuscht hat. Das war der Super-GAU im Vatikan. Nur wie konnte ihr das gelingen? Wie konnte Johanna als Frau unerkannt an die Spitze dieser geschlossenen Männergesellschaft gelangen? Meine Suche wird schwieriger, denn sie führt in eine Zeit, über die man nur wenig weiß. In das Saeculum Obscurum, das dunkle Zeitalter. Wenig weiß man auch über das Land, in dem die Geschichte der Johanna beginnt. Deutschland im frühen 9. Jahrhundert. In der Nähe von Mainz wächst unbemerkt von den Augen der Welt ein Mädchen auf. Über ihre Eltern ist nichts bekannt. Und nur der Name, den sie ihrer Tochter mitgaben, Johanna, die Gottbegnadete. Die Chronisten werden ihre Klugheit einmal in den höchsten Tönen rühmen. Doch noch ahnt niemand, wie weit es Johanna einmal bringen wird. Das Leben im 9. Jahrhundert ist hart. Besonders, wenn man als Mädchen geboren wird. In Johannas Zeitalter herrscht ein finsteres Frauenbild. Eine Mutter durfte nach der Geburt 30 Tage lang nicht zur Messe gehen. War das Kind ein Mädchen, sogar 60 Tage. Und gebildete Frauen waren des Teufels. Wissbegierde galt als schwere Sünde für das schwache Geschlecht. Lesen und schreiben zu können, als wieder die Natur. Die Frau wurde als Missgriff der Natur bezeichnet. Als minderwertiges Wesen. Was sich vor allem auch darin auszeichnet, dass die Verstandestätigkeit eine war, die ihr nicht zuerkannt wurde. Also die Frau hatte weniger intellektuelles Vermögen. Und insofern, man musste der Frau da auch nicht die Bildung zugestehen, weil es für sie Verschwendung gewesen wäre. Sie war dazu gar nicht in der Lage. Und in dieser Hinsicht ist nun natürlich gerade Johanna, wie sie dargestellt wird, eine Figur, die gar nicht in dieses Bild hineinpasst. Im frühen 9. Jahrhundert glaubten noch nicht alle Menschen an den Gott der Christen. Sie waren Heiden und hielten Odin, Wodan und Saxnot, ihren alten Gottheiten, weiterhin die Treue. Und mit ihnen die Erinnerung an eine starke Rolle der Frau. Anders als im Christentum gab es bei den Germanen auch Priesterinnen. Ganze Stämme sollen auf ihr Wort gehört haben. Waren diese Frauen die ersten Vorbilder für Johanna? Und ihr Schicksal eine wertvolle Lektion? Johanna erlebte hautnah mit, wie der Gott der Christen über Odin und seine Gefährten triumphierte. Im frühen Mittelalter wurden die Heiden endgültig bezwungen. Deutschland sollte jetzt christlich werden. Und das Mädchen, das einmal Papst sein würde? Johanna, die Gottbegnadete, wird ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Fast 400 Jahre lang schweigen die Quellen. Dann, mit einem Mal, taucht ihr Name plötzlich auf. Er ist unser wertvollster Zeuge im Fall Johanna. Martin von Tropau. Ein offizieller Chronist der Kirche. In seiner Papst- und Kaiserkronik finde ich den frühesten Hinweis auf die Frau im Amte Petri. Hier, Femina, die Frau, hat jemand zur Verdeutlichung an den Rand geschrieben. Doch woher hatte Johanna ihre Bildung, das ganze Wissen? Da gibt es eigentlich nur einen Ort, der hier in Frage kommt. Das Kloster. Doch der Weg ins Kloster steht in dieser Zeit nur Männern offen. Johanna, die Frau, muss zum Mann werden. Zu Bruder Johannes. Nur in Männerkleidung kann sie ihre Wissbegierde stillen und sich den Zugang zu Wissen und Macht erkämpfen. Ein hoher Preis für eine junge Frau. Und ein großes Risiko. Ihre Verkleidung als Bruder Johannes ist ein Sakrileg. In der Bibel steht, eine Frau, die Männerkleidung trägt, ist dem Herrn ein Gräuel. Johanna darf jetzt nicht den kleinsten Fehler machen. Fortan muss sie glaubhaft als gottesfürchtiger Mann der Kirche auftreten. Die Frau im Mönchsgewand muss immer auf der Hut sein. Solange sie die strengen Ordensregeln befolgt, kann ihr nichts passieren. Gesprochen wird nur das Nötigste. Ein ordentlicher Mönch trägt keinen Bart. Und gewaschen werden nur Hände, Füße, Gesicht. Mehr nackte Haut braucht die heimliche Schwester ihren Mitbrüdern nicht zu zeigen. Cross-Dressing heißt das im Fachjargon. Bis heute kann es unter Umständen von Vorteil sein, dem Dresscode der Männer zu folgen. Die berühmteste Cross-Dresserin ist übrigens eine Französin. Die Jungfrau von Orléans. Frauen durften ja nicht kämpfen, also hat sie sich als Mann verkleidet und die Engländer mutig und siegreich geschlagen. Oder hier, die heilige Eugenia. Sie soll sich, wie Johanna, in Männerkleidung in ein Kloster eingeschlichen haben und dabei so überzeugend gewesen sein, dass sie schließlich eine Vaterschaftsklage am Hals hatte. Ihren blanken Busen musste sie zeigen, um sich reinzuwaschen. So erzählte man sich. Es wird wohl kein Zufall gewesen sein, dass Johannas Geschichte in eine Zeit fiel, als immer mehr Frauen sich über die gottgesetzte, also männergemachte, Ordnung hinwegsetzten. Ich meine Frauen, die selber für sich einen direkten Draht zu Gott reklamierten, die Gottes Stimme zu hören glaubten. Frauen, die Visionen hatten. Frauen wie die Nonne Hildegard von Bingen. 300 Jahre nach Johanna nahm sie für sich in Anspruch, Gottes Stimme selbst zu vernehmen. Dabei galt Hildegard von Bingen vielen ihrer Zeitgenossen als Aufrührerin. Denn die selbsternannte Posaune Gottes ließ sich von Männern nichts sagen und nicht zurücksetzen. Warum wurde Hildegard dann zur Heiligen und Johanna zum Schandfleck der Kirchengeschichte? Heilige und Schandfleck. Damit haben wir zwei Bestimmungen des Wesens der Frau, wie es seitens der katholischen Kirche Tradition hat. Auf der einen Seite Eva, die Sünderin, auf der anderen Seite Maria, die Heilige. Genau diese Doppelung können wir sehen, verteilt auf die Figuren Hildegard von Bingen, auf der einen Seite als die Heilige, entsprechend Maria, und die Päpstin als die Sündige, der Schandfleck, die Befleckte, Eva, auf der anderen Seite. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die eine verehrt wird und die andere verteufelt wird. Hildegard hat es gegeben und die Päpstin hat es nicht gegeben. Und bis Hildegard zu einer Heiligen geworden ist, hat es relativ lang gedauert. Die katholische Kirche, wenn sie ihre Selbstbezeichnung ernst nimmt, katholisch umfassend zu sein, hat eine ganze Menge ganz unterschiedlicher Heiliger, die das ganze Feld des Katholizismus darstellen. Und da gehört Hildegard mitten hinein. Hildegard ist eine Möglichkeit der Verwirklichung des katholisch Seins von der Kirche offiziell durch die Heiligssprechung anerkannt. Gut, das ist die Sache mit den heiligen Frauen. Aber was ist mit Johanna, dem Schandfleck? So viel scheint klar. Die Rolle, die ihr als Frau zugewiesen war, passt ihr nicht. Auch im Kloster hat sie es nicht lange ausgehalten. Sie will mehr erleben, die Welt kennenlernen. Ich kann das gut verstehen. Unter den Mönchen hatte Johanna den Zugang zu Bildung und Wissen gefunden. Warum bleibt sie nicht im sicheren Kloster? Was treibt sie hinaus in die Welt mit all ihren Gefahren? Fühlt sie sich zu höherem berufen? Ist sie davon überzeugt, dass Gott, der Herr, ihr diese Rolle zugewiesen hat? Die Chronisten kennen nur das Ziel ihrer Reise. Ihr Weg führt sie nach Rom, in die ewige Stadt. Nirgends sind die Gläubigen dem Segen der Kirche näher. Als Johanna dort eintrifft, ist das römische Imperium schon lange untergegangen. An seine Stelle ist das Papsttum getreten. Es ist zur Ordnungsmacht aufgestiegen, mit dem Anspruch über Glauben und Welt zu herrschen. Nur der Papst allein kann einen König zum Kaiser krönen. Doch die Macht der Kirche versinkt zunehmend in Streit und Zwietracht. Das Saeculum Obscurum, die dunkle Zeit des Papsttums, ist angebrochen. Päpste gelangen auf den Heiligenstuhl, indem sie über die Leichen ihrer Vorgänger steigen. Tiefpunkt des moralischen Verfalls ist die sogenannte Leichensynode. Ein makaberer Schauprozess, für den ein Papst die Leiche seines Vorgängers wieder ausgraben lässt. Dem vermoderten Skelett werden wegen angeblicher Amtsmissbräuche die drei Segnungsfinger abgeschlagen. In diesen verkommenen Zeiten beeindruckt Johanna mit rechtschaffenem Lebenswandel. So notiert es der Dominikanermönch Martin von Tropau in seinen Aufzeichnungen. Während sie unter dem Namen Johannes Karriere in der römischen Kurie macht, gewinnt der junge Gelehrte aus Deutschland auch Ansehen bei den Armen. Johanna sei als Mann des Wortes gekommen. Als ein Mann, der auf Prunk und Pracht verzichtet, der lieber mit Geistesschärfe glänzt, als mit Eitelkeit. Johanna habe im Ruf gestanden, die Sorgen und Nöte im Volk zu verstehen, wie kein Zweiter. Ein Engel der Armen. So könnte Johanna tatsächlich Papst geworden sein. Die mächtigen stadtrömischen Adelsgeschlechter haben im Grunde bestimmt, wer Papst geworden ist und wer nicht. Und da das Papsttum mehr oder weniger zum Spielball dieser Adelsfraktion geworden ist, gab es häufig auch zwei Päpste. Einen regulären Papst, einen Gegenpapst. Es gab Papstabsetzungen. Und diese chaotischen Zustände, so erscheint es ja aus heutiger Sicht, haben sicherlich Spekulationen beflügelt, dass in dieser Zeit möglicherweise eine Päpstin existiert haben könnte. Ganz Rom soll beeindruckt gewesen sein von ihrer Bildung und Gelehrsamkeit, berichtet der Chronist. An einem Sonntag im Herbst des Jahres 855 ist es schließlich soweit. Die Frau, die als Mann der Kirche lebt, wird zum Stadthalter Gottes auf Erden erhoben. Ein feierlicher Akt. Geleitet von Kardinälen, besteigt die Frau im Papstkleid den höchsten Thron der Christenheit. Und empfängt die Zeichen der geistlichen Würde. Fortan ist Johanna das geistliche Oberhaupt der Kirche. Das römische Volk habe sie zum Papst bestimmt, berichtet Martin von Troppau. Die Wahl sei einstimmig ausgefallen. Unter dem Namen Johannes der Achte sollte sie Geschichte schreiben. Manch einer mag Habemus Papam gerufen haben, aber man hatte eine Mama. Welch ein Skandal in einer Kirche, die den Frauen bis heute leitende Funktionen vorenthält. Die Frauen immer nur in der dienenden Rolle sieht, als Nonnen- und Kirchendienerinnen, als Köchinnen oder Haushälterinnen. Und er hier, er rief am lautesten Zeta und Mordio, der große Martin Luther. Denn Luther ist parteiisch. Seine Großtat, die Übersetzung der Heiligen Schrift in deutscher Sprache, ist eines der kostbarsten und bedeutendsten Bücher der Welt. Aber sie ist auch eine Kampfschrift gegen Rom. Die Päpstin Johanna erscheint darin als Hure Babylon, die auf einem siebenköpfigen Ungeheuer reitet, als apokalyptisches Weib. Aus Johanna macht der große Reformator die Mutter aller Unzucht. Natürlich, eine Frau ist das Verderben der Welt. Johanna gerät ins Kreuzfeuer zwischen Reformation und Gegenreformation. Martin Luther hatte gewettert, das Papsttum sei vom Teufel gestiftet. Die Päpstin erscheint ihm als willkommene Bestätigung seiner These. Und er fordert, niemand solle zwischen Gott und dem Gläubigen stehen. Schon gar nicht der Papst in Rom. Im Propagandakampf der Protestanten ist Johanna eine der schärfsten Waffen. Als Beweis für die moralische Verkommenheit der Papstkirche. Wenn Protestanten und Katholiken über die Existenz der Päpstin gestritten haben, dann waren sie in der Regel an ihrem jeweiligen konfessionellen Standpunkt gebunden. Aus dieser Perspektive war Johanna für die Protestanten das Symbol des moralischen Verfalls, der Verwältlichung der Papstkirche. Und ihre katholischen Widersacher haben sich im Grunde darum bemüht, sämtliche vermeintlichen Argumente für die Existenz einer Päpstin zu widerlegen. Also alle gegen Johanna. Die Protestanten benutzten, die Katholiken leugneten sie. Was aber konnte die Kirche überhaupt tun? Ich sehe da nur zwei Möglichkeiten. Sich klar von Johanna distanzieren oder die Erinnerung an sie einfach auslöschen. Also wurden vorsätzlich Spuren verwischt. Davon berichtet jedenfalls ein weiterer Zeuge, der Kirchenhistoriker Cäsar Baronius in seinen Anales Ecclesiastici. Seine Hinweise führen nach Siena. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurde in der Kathedrale von Siena auch eine Büste der Päpstin aufgestellt. Ein Skandal, dem Rom ein Ende setzen wollte. Doch Johanna habe die Säuberungsaktion überstanden. Ihre Büste wurde nur umetikettiert, schreibt Baronius, und blicke noch heute unter dem Namen Papst Zacharias auf Gläubige und Ungläubige im Hauptschiff der Kathedrale hinab. War es das, was die Kirche wollte? Die Erinnerung an die Päpstin restlos auslöschen? Weil sie nicht wahr sein durfte? Scheinbar gab es niemanden mehr, der für Johanna sprach. Niemand, der die mutige Vorkämpferin hinter der Frau im Papstkleid erkannte. Was wurde Johanna überhaupt vorgeworfen? Hatte sie den apostolischen Stuhl entweiht, nur weil sie eine Frau war? Heilige oder Hure? Und dazwischen gibt es nichts? Johanna wird jetzt systematisch zu einem Monster aufgebaut. Immer schärfer wurden die Formulierungen, immer verächtlicher und frauenfeindlicher die Aussagen. Hütet euch vor ihr, seht nur gut hin, was mit denen geschieht, die sich nicht zufriedengeben wollen mit Feuerstelle und Kindbett, die sich zu höherem Berufen fühlen. Gab es etwa eine gottgewollte Ordnung, in der das Priesteramt nur für Männer reserviert war? In der Anfangszeit der Kirche spielten Frauen eine wichtige und sehr aktive Rolle. Oft waren sie es, die ihre Männer zum Christentum bekehrten. Doch dann wurden sie Schritt für Schritt aus der Verantwortung gedrängt. So gelehrt eine Frau auch sein mochte, sie sollte aufschauen zu den Männern und schweigen. Aber wie ist es dann möglich, dass auch in Roms ältester Marienkirche ein Fresko von der Frau erzählt, deren Existenz der Vatikan so gern verheimlichen möchte? Die Päpstin Johanna tritt hier groß, streng und stolz in Erscheinung. Mit dem Hirtenstab in ihrer Rechten, der priesterlich gekreuzten Stola über ihrem Busen und der päpstlichen Krone auf dem Kopf. Nur ein Sinnbild für die triumphierende Kirche Roms, sagen manche. So soll es sein, wohin man auch blickt. Die einzige Frau, die in der katholischen Hierarchie etwas zu sagen hat, ist und bleibt die Gottesmutter Maria. Gegrüßet seist du Maria von der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, gebenedeit ist die Frucht deines Leibs, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Die Päpstin Johanna hat nicht nur Grauen und Schrecken hervorgerufen, das war in ihrer Zeit der Fall und auch in der Tradition, aber sie war für viele Menschen auch immer die Vision der Möglichkeit einer Veränderung. Johanna steht insofern als Symbol gegen die Unterdrückung der Frau, für die Anerkennung der Würde der Frau und für die Möglichkeit der Veränderung von Strukturen. Aber genau das wollte die Kirche damals nicht zulassen. Woher wusste sie überhaupt, dass eine Frau sich in ihre Männerwelt eingeschlichen hatte? Wie ist Johanna als Päpstin aufgeflogen? Ein Hinweis auf die Päpstin und ihre Enttarnung befindet sich im Petersdom, mitten im Zentrum des Papsttums. In seinem Inneren, am Hauptaltar des großen Architekten Bernini, das Papstwappen. Zu sehen ist aber auch das Gesicht einer Frau. Von Sockel zu Sockel verändert sich ihr Gesichtsausdruck. Erst überrascht, dann von Schmerzen verzerrt und das letzte Bild zeigt keine Frau mehr, sondern ein Baby. Diese Papstwappen erzählen also die Geschichte einer Schwangerschaft. Ist es die Geschichte der Päpstin Johanna, die ein Kind geboren hat? Rom im Jahr 858 nach Christus. Die traditionelle Osterprozession zieht durch die Straßen der Stadt. Die Römer verehren ihren jungen Papst. Seit mehr als zwei Jahren bekleidet Johanna dieses höchste Amt der Kirche. Und noch ahnt keiner der Männer und Frauen, welch dunkles Geheimnis ihr heiliger Vater unter seiner Soutane verbirgt. Als Papst wurde Johanna von einem Vertrauten geschwängert. Von vorzeitigen Wehen wird sie überrascht. Auch das berichtet Martin von Tropau. Hatte die Frau, die als Mann getarnt den Thron Petri erobern konnte, für Lust und Liebe alles aufs Spiel gesetzt. Johanna hatte also einen Liebhaber. Das war damals nichts Ungewöhnliches. Aber sie trieb natürlich ein riskantes Spiel. Kinder zeugen, das war immer möglich für die Männer der Kirche. Aber Kinder kriegen, das war einfach eine Nummer zu viel für einen Papst. Jedenfalls war Johannas Nachfolgern die Geschichte so unangenehm, dass sie ihren traditionellen Prozessionsweg geändert haben. Das war der Alte. Und das ist der Neue. An den historischen Tatort erinnert eine kleine Gedenkstätte. Vicos Papissé. Die Gasse der Päpstin nennt ihn das Volk bis heute. Genau hier soll eine Statue der Päpstin gestanden haben. Noch Martin Luther berichtet, zu Rom habe er in Stein gehauen ein Weib im päpstlichen Mantel gesehen, mit einem Kind im Arme. Was dann aber genau mit der Statue geschah, darüber schweigen die Chronisten. Umso mehr berichten sie über den Skandal. Die Schande einer Frau auf dem Papstthron. Aus glühender Verehrung wird blinder Hass. Männer und Frauen, die ihren segensreichen Papst eben noch bejubelt hatten, werden zum Mob. Steinigen Johanna ohne Gnade. Das grausame Ende der Päpstin, die zwei Jahre, fünf Monate und vier Tage auf dem Stuhl Petri saß. Man kann es nicht fassen. Da haben die Römer nach den ganzen korrupten Kerlen mal eine Lichtgestalt als Papst und dann steinigen sie ihn. Priester, Bischöfe, Kardinäle, sogar Päpste hatten Kinder. Das war ganz normal. Sie gehörten dazu, wie das Armen in der Kirche. Aber bei Johanna, dem weiblichen Papst, werden urplötzlich ganz andere Maßstäbe angelegt. Wie scheinheilig. Was nicht sein durfte, konnte auch nicht sein. Deswegen konnte Johanna gar kein Papst gewesen sein. Eine Frau galt als unwürdig, mochte sie die Männer auch an Gelehrsamkeit überragen. Darüber musste man nicht ernsthaft diskutieren. Oder doch? Johanna hat als Gestalt etwas Subversives. Sie regt die Fantasien an. Sie regt die Fantasien an im Blick auf Möglichkeiten. Was ist möglich an Veränderung? Was ist möglich an Durchwanderung von Strukturen? Was ist möglich an Aufbrechen von Starrheiten, Fixiertheiten in den Institutionen? Aber die Institution Kirche wollte nicht aufgebrochen und verändert werden von dieser Frau. Rom holte zum Gegenschlag aus. Die Legende musste bekämpft werden. Kirchenhistoriker trugen alles Material zusammen, was sich gegen die Existenz der Päpstin ins Feld führen ließ. Mochten auch 500 Chroniken von ihr erzählen. Alles unfromme Legende. Für die Kirche existierte die Päpstin nicht mehr. Das war jetzt Gesetz. Rom hatte gesprochen. Die Päpstin Johanna hat es demnach nie gegeben. Eine Illusion weniger. Aber war die Sache damit schon ausgestanden? An Verschwörungsszenarien herrscht auch im Fall der Päpstin Johanna kein Mangel. Tatsächlich könnte man ja auf den Gedanken kommen, dass gehorsame Mönche den größten Betrugsfall der Kirchengeschichte begingen und die Päpstin aus allen offiziellen Chroniken tilgten. Und man könnte sich auch vorstellen, dass Rom Boten in alle Winkel der christlichen Welt schickte, um den Skandal eines weiblichen Papstes zu vertuschen. In den Verschwörungsromanen eines Dan Brown wäre das sicher möglich. Aber wie geht die Kirche damit um? Müsste sie da nicht widersprechen? Die Kirche geht nicht gegen Verschwörungstheorien an. Sie braucht es doch gar nicht. Also weil Dan Brauns Bücher sind historisch ein derartiger Schwachsinn, dass jeder seriöse Historiker das, was Dan Brown schreibt, sofort widerlegt. Die Kirche braucht sich in dem Punkt überhaupt gar nicht engagieren, weil seriöse Historiker im Grunde ihr Geschäft vollständig übernehmen. Vor allem ist es noch besser für die Kirche, wenn darunter Protestanten und Agnostiker sind, die einfach harte historische Fakten gegen solche Verschwörungstheorien stellen. Das ist doch ein ganz einfacher Job für die Kirche. Zurücklehnen und andere machen lassen. Und was ist mit den Papstbüsten in Siena? Mit den Gesichtern auf den Altarsockeln im Petersdom? Was mit dem geheimnisvollen Thron im Vatikan? Und der verschwundenen Frauenstatue am Vicus Papisse, wo die Päpstin ihr Kind geboren haben soll? Die Wissenschaft hat auch dafür Antworten parat. Gegen alle Freunde der Verschwörungstheorie. Die Bernini-Skulptur sei nach einer Verwandten gearbeitet. Vermutlich ein Scherz des genialen Künstlers. Der Vicus Papisse wäre benannt nach einer alten römischen Adelsfamilie, den Papes. Und die Witwe hieß eben Papessa. Dass die Päpste diesen Weg bei Prozessionen mieden, liege nur daran, dass die Gasse zu eng geworden sei für den immer prunkvolleren Zug. Die Frauenstatue und die Büste zeigten wen immer, jedenfalls nicht die Päpstin. Und auch die Männlichkeitsprüfung der Päpste sei eine Legende. Den Stuhl dafür hat man zwar tatsächlich seit dem 11. Jahrhundert bei der Papstwahl eingesetzt, aber das habe nur symbolische Bewandtnis gehabt. Um eine Legende zu bekämpfen, wurden neue Legenden geboren. Eine davon erzählt die Geschichte der Johanna mit überraschendem Happy End. Mutter und Kind überlebten die Geburt und ihre Entdeckung. Die einstige Skandalfrau soll noch viele Jahre in einem Kloster gelebt haben. Und an ihrem Grab hätten sich sogar Wunder ereignet, wie bei den Heiligen. Auch schön. Und heute? Wenn Frauen in der Kirche immer noch von geistlichen Ämtern ausgeschlossen sind, ist das dann eine rein innerkirchliche Frage? Werden die Frauen nicht immer noch diskriminiert? Wie würde eine Kirche aussehen, wenn neben den Männern auch die Frauen Ämter übernehmen könnten? Würde es nicht auch eine Bereicherung sein? Wäre es nicht endlich an der Zeit, dass Frauen in allen Bereichen des Lebens dem Mann gleichgestellt sind? Die Tradition sieht anders aus. Aber sie muss ja nicht auf ewig Tradition bleiben. Hätte eine Päpstin nicht auch heute noch enorme Signalwirkung? Die Geschichte der Päpstin Johanna steht für viele Themen, die die katholische Kirche bis heute umtreiben. Frauenpriestertum, Umgang mit Macht, Liebe, Sexualität. Und vielleicht liegt hier auch die Angst begründet, der römischen Kurie könnte irgendwann einmal ein Weibsbild durchgerutscht sein. Die Zweifel bleiben. Sollte es nicht doch mal eine heilige Mutter gegeben haben? Man ist natürlich fasziniert von dem Ungewöhnlichen. Man will betrogen werden. An Asterix und Obelix ist auch nichts dran, eigentlich. Aber es ist halt viel schöner, als Cäsar zu lesen. Also die nüchternen Quellenbefunde sprechen gegen die Existenz einer Päpstin. Aber auch wenn man Johanna in den Bereich der Legenden verweist, dann bedeutet das noch lange nicht, dass diese Persönlichkeit, weil sie eine eihistorische Persönlichkeit ist, wertlos ist. Sie gibt Hoffnung, dass Veränderung möglich ist. Und darum brauchen die Menschen immer wieder Figuren wie die Päpstin Johanna. Historisch soll es die Päpstin Johanna also nicht gegeben haben. Aber warum lebt sie dann in den Köpfen der Menschen weiter, in der Kunst, in Romanen und in Filmen? Vielleicht gab es sie eben doch, stellvertretend für alle vergessenen Heldinnen ihrer Zeit. Wichtig bleibt die Botschaft. Johanna wollte sich nicht aussperren lassen, wollte, wie jeder Mann, an Bildung und Wissen teilhaben. Eine Frau, die Grenzen überschreitet. Wer wollte das nicht sympathisch finden? Eine Frau, die Grenzen überschreitet.